Dieser Film zeigt Aufnahmen vom Hohensenseefest im Jahre 2009 mit vielen begeisterten Schlitzschuhfahrern. Der Hohensensee ist normalerweise ein Badesee und liegt im südlichen Hillsheimer Stadtgebiet. Er ist ca. 500 Meter lang und hat eine Breite von ca. 200 Metern. Daraus ergibt sich eine Fläche von ca. 100.000 Quadratmetern. Der Name Hohensensee leitet sich ab vom ehemaligen Dorf Hohensen. Er entstand durch Kiesabbau in den 60er Jahren. Von Zeit zu Zeit erlebt man hier auch Taufen. Hier nun Aufnahmen von einem Sonntagabend am Ende des Hohensenseefestes mit einer sehr schönen Feuerzaubervorführung junger Künstler auf dem zugefrorenen Hohensensee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und hier nun gleich lassen Besucher des Hohensenseefestes viele kleine Leuchtballone in den Abendhimmel aufsteigen, wo sie wohl irgendwo hübsch verglühen werden. Und sagen lassen wir sie steigern und zwar jetzt bitte. Nicht vergessen einen Wunsch zu äußern für sich im Geheimen. Musikalisch begleitet wurde das Hohensenseefest von Radio Tonkuhle. Musikalisch Vielen Dank.